Moin Moin, mein Name ist Heinrich Nerlöwe und heute spielen wir mal wieder World of Warships und ja, mal wieder mit der Bayern, dem Schlachtschiff Bayern. Wir sind auch schon los. Ja, warte mal wieder, ich habe wieder ein paar Tage nicht gespielt, 15,1 Reichweite, der Hauptbatterie Sekundär 5, Flak 3, Sichtweite 25. Ähm, ja, gut, soviel dazu. Ja, komm, mach, mach, mach. Volle Kraft voraus. Dauert zwar ein bisschen, bis ich bearbe, aber hey, fahren wir mal alle hin. Ja, der Kongo will zu D. Soll er machen. Ja, die wollen auch zur, zumindest einer der Zerstörer. Ich sehe gerade, ich denke immer, die Kongo ist ein afrikanisches Schiff, aber es scheint von der Flagge her japanisch zu sein. Was haben die Japaner mit dem Kongo zu tun? Hm. Da ist, glaube ich, eine Lücke in meiner, ja, zum Thema Geschichte. Oh, da können wir mal drauf zielen. Das wird ein bisschen knapp werden, aber hey, raus dann jetzt. An genug Munition. Ach, er wird langsamer. Ja, oder, oder? Ah, ja, doch ein bisschen getroffen. Jetzt bleibt er stehen. Gegnerisches Schlachtschiff entdeckt. Komm, komm, lad nach. Mensch, Männer, gib Gas. Jetzt Feuer. Er brennt. Der Kräuter brennt. Zu kurz. Was hat man da überhaupt? Texas. Ich glaube, ich mache jetzt hier einen Kreis. Ich fahre jetzt nicht zu A. Wir haben den Punkt hier eingenommen. Wir verteidigen weiter D. So, dass der Gegner D nicht bekommt. Ja, aber ich habe schon gesagt. Ich dreh doch. Ich dreh doch. Ich dreh doch. Boah, schieß diese scheiß Torpedoflieger da, die Flugzeuge weg. Oh, oh, Nürnberg und Texas. Passt ja auf. So, der kommt da wieder ein bisschen vor. Den setzen wir auch einfach. Ach, war so kurz. Gegnerischen Zerstörer einträgt. Ah, hat er Glück gehabt. Ich hoffe mal, was du da, Texas. Ich dreh mal etwas bei. Nicht, dass wir noch uns näher kennenlernen. Oh, das gefällt mir. Ja, komm, schnell, 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 schnell. Der fährt nämlich einen Rückwärtsgang, weil er nämlich sich verfahren hat. Ah, er brennt. Brenn, du Sau. Haben wir gerade bei unseren Zerstörer verloren? Ist der auch aufgelaufen? Kurz davor. Die König. Und brennt ebenfalls. Brenne. Brenne. Ah, er driftet ganz knapp vorbei. Oh, Kongo. Ah, nein. Hat's zerlegt. Texas und ich müssen die König platt machen. Ja, ich wurde entdeckt. Ich weiß, ich glaube, dass ich die Klee vielleicht diese dreckige... Ich weiß, ob der ankommt. Joa. Und wieder was im Fack, ey. So, jetzt haben wir den Gehirn abgekriegt. Aber ich warte noch mit dem Reparieren und mit dem... Na, okay, jetzt machen wir es, Kongo. Dauert ja eben ein bisschen. Und bitte nachladen, Jungs. Nachladen. Und Feuer löschen. So, ich hoffe, er kriegt wieder einen. Ah, diesmal nicht so erfolgreich. So, jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Die Texas ist alleine. Warum ist die Texas alleine, Jungs? Ja, wir müssen drehen, drehen, drehen. Nächstes Ziel ist die Cleveland. Ah, versteckt sich da wie so eine feige Socke. Dafür brennst du. Dafür brennst du. Ich zöne euch heute alle an. Alle. Die Bayern geht ab hier. So, wir drehen. Ich habe nämlich Angst, dass da noch ein Zerstörer rumlungert. Ah. Da hindrehen. Ah, jetzt geht die Diel in Deckung. Ah. Texas brennt. Bitte lösch dich. Ja, ich höre schon, dass ein Geräusch, was ich nicht mag. Dreht doch mal die Türme schneller. So. Ähm. Ich schätze mal hier so. Die Normandy. Ach, zu kurz. Ah, sind unsere Flugzeuger. Gott sei Dank. Ah, wir müssen D erobern. Wir müssen D erobern. Und natürlich am Leben bleiben. Normandy. Oh, ein Schlachtschiff ist da oben links auf der Map in die Enge gefahren. Oh, da. Ziel, Ziel, Ziel. Nicht labern, zielen. Dreh dich, dreh dich, dreh dich um. Komm, komm. Treffen, treffen, treffen. Ah, das war nicht so gut. Machen wir das. Okay, das ist gut. Ziel aus der Reichweite. Fangen wir mal ein bisschen langsamer. Kleine Trefferchen. Schneller nachfahren, bitte. Ah, jetzt hat er niemand anders in den Händen gefahren. Oh, jetzt hat er niemand anders in den Händen gefahren. Komm. Zu kurz Oh, 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 oh Da gibt es da ganz schön einen auf den Deckel Dass ich mich hier gedreht habe, ist Weihnachten Egal, jetzt sind wir nochmal auf den da Dann wollen die uns C wegnehmen, ja Sekundärbatterie, 5 Kilometer Aber die Normandie ist gut ausgerüstet Habe ich hier irgendwie Verstärkung? Nein So richtig Bisschen drehen Mit dem Torpedotreffer Ah, der fährt durch Doch, einen hat er getroffen Ich muss mich weiter drehen Und bei C reinfahren Oh, Ladner Er dreht ab So, 14 Sekunden 13 Bitte, 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 bitte Oh Und, und, und Nochmal was Der sieht auch fast tot aus Aber der geht ihn ja eher auf den Eis Ah, zu weit Er trifft Großbring, drauf da Oh, wo sind unsere Schiffe hin? Das gibt es doch nicht Das sah aber vorhin so gut aus Und jetzt sind wir schon wieder am sterben Äh, so am Verrecken Das weiß es auch nicht So, das war eigentlich nicht ich Ist ja auch egal Er ist tot So, bei uns sieht es auch nicht mehr gut aus Dreh ich ab Dreh ich ab Ich 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 drehe mich Ich will Zeit gewinnen Damit ich vielleicht nochmal Ja, das konzentrieren Hier Feuer auf mich Ich will Zeit gewinnen Vielleicht hinter die Insel fahren Da die kleine da links Damit ich vielleicht nochmal Etwas Hülle wiederkriege Und ich war nicht Boah Er hat sie gelöst Gut Die fahren mal weg Das ist Boah Da kommt aber ein Schwarm So Das letzte Mal Hülle reparieren Oder das Schiff reparieren Ah, das ist nämlich der Den ich vorhin am Leben gelassen habe Das ist aber die Flens Nee, aber die führen Das ist Dreh Dreh Hoffentlich geht es um Flamme auf Ja Ein Treffer nur Aber brennt Jetzt drehen wir nochmal Und holen uns da die Cleveland weg Das gibt nämlich generell Punkte für uns Wenn er jetzt nachlädt Und wir treffen 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 Ja Habe ich nicht zerstört Okay Unser Sieg ist in Sicht Ja, jetzt sind wir in Führung gegangen Jetzt Texas Überleben bitte Überleben Wir drehen jetzt zu Omaha Die jetzt gleich hinter der Insel verschwindet Torpedos sind noch weit weg Oh, da kommt Die Brenn ist weg Kriegen wir Kriegen wir Ah Komm, brenn nochmal Bitte, bitte, bitte Nein Ja Doch Brennt Wir drehen Weg von New Mexico Hin zu König Bleibt nichts aus Dass ich den dann noch Die Omaha kriege 961 Punkte Ich darf nicht sterben Lad nach Verdammte Axt Lad nach Ich weiß nicht, was für eine Reichweite Die Torpedos haben Einfach Sperrfeuer 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 Triffers 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 Nee Ja, ich krieg Feuer Ich krieg ab 19 Punkte noch 19 Punkte 19 Punkte Oh, da ist ein Zerstörer Heilige Josef Maria Sieben Punkte Sieben Punkte Sieben Punkte Ultraspannend Lad nach Yes Wuhu Ja Endlich mal gewonnen Mit der Bayern Endlich Ich hab kein Schiff versenkt Aber immer ein bisschen hier Ein bisschen da Ein bisschen verteidigt Und angesteckt Ganz viel in Brand gesteckt Aber ich glaub Erst ab 10 Mal In Brand stecken Andere Schiffe Gibt's eine Medaille Oder so Ja War doch Eine coole Runde Ich dachte Wir verkacken's jetzt Aber echt Haben's noch gerissen Gut Ich hoffe Es hat euch auch So Spaß gemacht Wie mir Ähm Ja Euch noch Ich wünsch euch noch Einen schönen Abend Und ja Bis zum nächsten Mal Ciao